So, Alex. Ja. Screw you. Es ist der Moment, wo ich dachte, es nie kommen wird. Wirklich nicht. Kurze Vorgeschichte. Die muss man kennen, sonst macht das kein Spaß, das Thema. Mein geliebter Mac Pro 2009. 4,1 aus dem Jahr 2009. Hat vor anderthalb Jahren angefangen, lustige Dinge zu machen, die ich nicht lustig fand. Das waren so spontane Reboots. Manchmal hatte ich auch komplett abgeschaltet irgendeine Kernelpanic bekommen. War das noch eine Weile so, dass beim ersten Mal ist er hängen geblieben und beim zweiten Versuch ist er dann gelaufen? Ja, und eine ganze Zeit ist er dann gelaufen. Aber er ist auch in diesen Sendungen, die wir hier aufnehmen, teilweise einfach ausgegangen. Ich kann mich an zwei, drei Mal erinnern, wo ich einfach dann vorm schwarzen Bildschirm saß und ihr irgendwie nachgefragt habe, Alex, noch da so? Nee, war er dann nicht mehr, weil der Mac Pro dann erstmal booten musste. Und das ist natürlich echt sehr schwierig, mit so einem Rechner zu arbeiten. Der halt, wo du halt irgendwie keinerlei Ahnung hast, warum der halt irgendwie neu startet und in was für Situationen. Ja, ich meine, mittlerweile sind wir alles... Du hast natürlich keinen Apple Store in Finnland. Wo sollst du hingehen? Du hast ja keine Möglichkeit, außer dein Recht auf Reparatur wahrzunehmen. Ja, genau, genau. Also ich habe ernsthaft viel ausprobiert, weil mit dem Rechner echt irgendwie, der war mir schon wichtig und der ist irgendwie, der ist heiß geliebt. Und ich habe ein Betriebssystem natürlich neu aufgespielt. Ich hatte den Speicher mehrere Monate lang im Verdacht. Und naja, irgendwann muss ich dann irgendwie sagen, ich bin dann auch auf einen MacBook umgestiegen und irgendwann, weißt du, der Mac Pro wanderte dann so, weißt du, vom unteren Schreibtisch so neben dem Schreibtisch in den Schrank und jetzt ins Büro habe ich ihn weiter mit umgezogen. Er steht irgendwie so in der Ecke und hat dann letztendlich auch nicht mehr viel gemacht. Er hat noch so Backups von der iCloud-Fotobibliothek gemacht, aber da ist es selbst da, weißt du, zwei, dreimal einfach neu gestartet und dann hast du keinen Bock mehr. Also ganz blöder Fehler und gut, ich habe ihn nirgendwo hingebracht zur Reparatur. Ich hatte ihn mehr so auf dem Abstellgleis so nach dem Motto, den wirst du mal irgendwann los. Aber habe es auch noch nicht übers Herz gebracht. So, und irgendwann, ich weiß nicht, wie das letztendlich dazu kam, aber bestimmt auch durch unsere Diskussion hier irgendwie Mac Pro kaufen und eine Tonne ist schwierig und immer noch teuer und so weiter, aber der alte und so weiter, führte dazu, dass ich mich mal wieder mit dem Thema beschäftigt habe. Und ich weiß nicht, ich kann nicht genau den Finger drauf legen, wie ich darauf gekommen bin, aber wenn du so viele Foren-Threads dazu liest und so weiter, dann stößt du irgendwann mal auf so eine Problematik, wo du deinen Fall repräsentiert siehst. Und der war in dem Fall, beschrieben hat halt irgendwie, was so friert ein oder startet neu. Und genau, Timo hat dann irgendwann auch mal gesagt, du hast mal gemessen irgendwie, ob der heiß wird oder irgendwelche Geschichten. Und dann fängst du an, solche Temperatursensoren zu installieren und zu gucken. Und da war es irgendwie schon auffällig, ja okay, diese Northbridge, dieser Chip, der da drin sitzt, extrem heiß, ungewöhnlich heiß, selbst wenn der Rechner nichts tut. Und das führte mich dann letztendlich auf die Spur, in dieser Richtung zu forschen. Und wenn du danach dann konkreter googelst und suchst, dann kommst du auf die Threads, die halt beschreiben irgendwie so, ja, diese Northbridge, die auf dem Teil sitzt, was man so rausziehen kann von unten, wenn man die Seitenwand abnimmt. Ja, die Northbridge, die hat einen Kühlkörper oben drauf. Und auf dem Kühlkörper ist nochmal so ein riesen fetter Kühlkörper und da sind auch diese Speicherbausteine, sind die seitlich dort verbaut. Der ist festgemacht mit so einem kleinen Plastikstecker, mit so einem kleinen Plastikstecker. Das ist dieser hier. Das ist der da, genau. Der hat so einen Haken und es ist keine gewöhnliche Schraube, sondern es ist einfach nur so ein Plastikstecker, den drückt man rein und dann verbindet der Kühlkörper sich mit dem, oder der drückt den Kühlkörper auf den Chip. Und jetzt haben Leute die Erkenntnis gesammelt, wenn dieses Plastikstück fehlt oder gebrochen ist und dieser Kühlkörper nicht mehr fest auf den Chip drückt und dann nur so ein bisschen drauf rumwackelt, dann kommt es halt, dann kriegt der keine richtige Kühlung mehr ab und dann kommt es halt zu diesen Reboots. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt guckst du dir mal diese blöde schwarze Plastikpinnökel, den guckst du immer an und weißt du, machst den Rechner auf und so, ist gar nicht da bei mir. Einfach nicht da. Dann liest du darüber, so ja, typische Sollbruchstelle bei diesen Geräten, Leute, die wirklich das Ding auseinandernehmen und die ja irgendwie jetzt auch heutzutage noch verkaufen und sagen, so, wir haben diese blöden Plastikschrauben, die Apple da verwendet, gleich gegen richtige Schrauben verbaut, weil die halt irgendwie immer brechen und so weiter. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass irgendwie mal vor ein paar Jahren, wie gesagt, ich das Ding mal aufgemacht habe und mir fiel was entgegen, wo ich dachte, hm, komisch eigentlich. Aber da kommst du ja auch nicht drauf. Da kommst du nicht drauf. Es ist generell schon eine blöde Idee, weil ich habe ja schon mal so gehört, so Kunststoff und schwanken Temperaturen stark ist keine so gute Idee. Richtig, also da sagt ja auch jeder irgendwie, das ist ein völliger Mist, der da verbaut wird. Und es sind zwei von diesen Penelkern. Und der eine, der sitzt unter dem fetten Kühlkörper und der war halt, konnte ich mit der Taschenlampe so ein bisschen runterleuchten und der ist halt voll da und der drückt auch runter. Aber die andere Seite, da war halt nichts. Und deswegen, also du konntest auch, du musst halt genau wissen die Stelle, aber dann, wenn du drauf guckst, dann ist klar, irgendwie er steht so ein bisschen hoch und er drückt halt nicht auf die North Bridge. Also der Kühlkörper, der Heatsink, drückt halt nicht auf die North Bridge. Und ja, und dann wurde halt irgendwie, dann liest du weiter Foren und da wird dann diskutiert, was kannst du machen, wenn diese blöden Schrauben brechen. Und das ist gar nicht leicht, weil diese Plastikpenökel, die Apple sich da ausgedacht hat, die sind nicht nur blöd, sondern die sind halt auch so proprietärer Mist, dass du die nicht einfach kaufen kannst. Und dann, ja, dann wird sich da natürlich, weißt du, wie das immer so ist, wenn das Internet so ein, auf so eine Unwegsamkeit aufgestoßen wird, dann springen da alle gleich drauf und recherchieren und so weiter und rufen in China an und überlegen, was für Alternativen man da vielleicht hätte. Und, ja, und das ist echt ein schwieriger Vorgang, der dann dazu führte, dass irgendeiner mal rausgefunden hat, dass es einen ebay.com Shop gibt, der diese kleinen blöden Schrauben anbietet. Sehr gut. So, und das sind keine wirklichen Schrauben, sondern das sind so Drückschrauben, die unten so diesen Enterhaken irgendwie haben. Das heißt, du brauchst, also man muss sich das vorstellen, du streckst die Schrauben wie eine normale Schraube von oben rein und drückst dann aber oben auf den Kopf und der verhakt sich dann. Der verhakt also diesen Kühlkörper, mit der Vorrichtung, die seitlich an diesem Chip sitzt. Also du drückst den wirklich nur rein. Also der Aufwand, dir das einzusetzen, ist drei Sekunden. Diese blöde Plastikschraube, die aus so, ja, die aus Plastik besteht, die du nur im Zehnerpack bekommst, kostet inklusive Shipping 2,66 Dollar. Sehr gut. Diese Plastikschraube hat alle Probleme behoben. Aber ist doch fantastisch. Es ist relativ fantastisch. Ja, also es ist jetzt diese Woche gekommen und ich habe den einfach mal irgendwie volle Pulle durchrennen lassen, jetzt den Rechner. Die Temperatursensoren zeigen normale Werte wieder an. Also wirklich keinerlei keinerlei groß auffällige Werte. Du hast nicht den ganzen Quatsch abgebaut, neue Paste drauf, sondern einfach nur rein damit. Ja, genau. Also das wäre nochmal die, wenn das jetzt irgendwie nochmal vorkommen sollte, das wäre so die nächste Option, die man machen könnte, dass ich das ein bisschen runterschraube und dann nochmal sehe, ob das wirklich richtig aufliegt. Aber also der ist jetzt irgendwie, der hat einen Tag lang irgendwie wild Videos konvertiert. ich habe ihn echt irgendwie versucht, irgendwie einfach an seine Grenzen zu treiben und die Temperatur ist völlig normal geblieben. Also du kannst es ja sehr, sehr schön sehen. Allein an diesem einen Wert und ja, der läuft. Also klar, kann immer noch was anderes sein mit dem Rechner, aber letztendlich diese kleine Schraube scheint meine ein- und halbjährige Odyssee damit irgendwie zu beenden, wo ich echt nicht dachte, dass das Ding jemals wieder läuft, dass ich dem vertrauen könnte. Cool. Und jeder, der so einen Mac Pro hat, der ist sehr herzlich aufgefordert, mir zu schreiben, wenn er von diesen Schrauben gebrauche, ja. Also diese Plastikpinocke, ich brauche dir nur eine. Also ich habe neun zum Vergeben. Ich verschicke die gerne. Die müssen hier durch diese Löcher durch. Richtig? Genau. Also genau, das sind einfach normale Löcher und darauf sitzt halt diese Kühlerplatte, die du da siehst, auf diesem Foto. Und hier steckten die drin, oder? Genau, da steckten die drin. Und die drückst du nur von oben rein. Also musst du nicht mal schrauben, sondern es sind so Drückschrauben, die sich dann verhaken, mit diesem kleinen Enterhaken-ähnlichem. Gibt's bei Ikea nicht auch solche Plastikknubbel, die du genau einmal reinhauen kannst und hoffentlich das richtige Loch triffst? Ja, das sind diese Schwarzen, oder? Diese Schwarzen mit so einem relativ flachen Kopf. Ich meine jetzt weiß und haben so ein, wie eine Schraube, aber aus Plastik und haben so ein, kein Gewinde, sondern so ein geriffeltes Außendingens und die kannst du auch in ein Loch reinklappen. Kriegst du das in Not, aber auch nochmal irgendwo anders nochmal rein. Jetzt halten sie nicht mehr ganz so gut, aber das geht meistens schon. Boah, aber, weißt du? Ja, aber gut. Also ich meine, in dem Fall, das ist ja alles relativ grob beim Mac Pro. Ja, also da kannst du ja, kannst du irgendwie mit relativ groben Mitteln kommst oder weiter und brauchst keine Lupe. Ja. Aber trotzdem war das, das ist ja nicht runtergefallen. Das ist ja trotzdem da an der Stelle gesessen bei dir und hat aber nicht, ja, hat nicht mehr Kontakt gehabt. Ja, genau. Also ich meine, der Kniff war dann wirklich zu sehen so über iStatMenu, dass halt einer von diesen Temperatursensoren extremen Ausschlag gegeben hat, einfach auch im Leerlauf mehr oder weniger. Und dann habe ich halt über diese SMC-Fan-Controls, die Leo zum Beispiel auch mal irgendwie mit seinem iMac benutzt hat, die Lüfte einfach auf Anschlag gestellt, ja, und dann ist dieser Mac Pro extrem laut, also wirklich extrem laut und nervig. Es hat aber geholfen. Also ich habe, ich habe damit so ein paar Videos rausrennen müssen über die letzten Wochen und Monate und wenn er richtig lautet und lüftet, dann ist er nicht mehr abgestürzt. Und das hat halt immer mehr dazu geführt, dass ich mir sicher war, dass dieses Problem wirklich das ist, ja, was es jetzt dann scheinbar auch zu sein scheint, also dass die Kühlung da einfach nicht gefunkt hat. Es ist halt so schwierig nachzuziehen, weil die Dinger saßen schon aufeinander, ja, also den Spielraum, den diese blöde Schraube da jetzt, der ist minimal, aber, aber wenn, ja, das scheint halt so wirklich, ja, wenn da kein kompletter Kontakt besteht, wenn es halt nicht so sitzt, wie es sein sollte, dann spinnt er halt. Und das sind halt so, ja, Spinnereien, die du wirklich sehr, sehr schwierig nachvollziehen kannst und nachrecherchieren kannst. Ja, und das fand ich, fand ich echt lustig, dass das jetzt so sich das Gute aufgelöst hat. Weil, wie wir ja festgestellt haben, diese Mac Pros, die können noch so ein bisschen was. Also, bei meinem Sitz auch eine Grafikkarte, Gott, ich habe Grafikkarten zurückgetauscht, ja, da war, weil klar, also wenn du denkst halt irgendwie so, der zieht zu viel Power oder es könnte ja auch irgendwie eine Macke im Board sein oder so weiter, dann ziehst du alte Karten raus und versuchst es ein paar Wochen lang, dann stürzt er wieder ab und ich habe die Original-Grafikkarte irgendwie im Keller gesucht und dann eingebaut und damit ist der ja nicht so viel Spaß, wie er dann ist mit so einer richtigen GeForce. So, als gäbe es da richtige Grafikkarten dafür. Ich habe, ich habe so ein, so ein Hackintosh-Forum-Thread irgendwie gefunden, der ist mehrere Jahre alt und 200 Seiten lang. Wo die Leute heulen, dass man in diesen Mac Pro keine neue Grafikkarte reinbekommt und sie heulen sich einfach nur gegenseitig voll, weil es völlig nachvollziehbar ist, weil es so schöne neue Grafikkarten gibt und keinen Treiber dafür. Ja, also, und ich weiß nicht mal, wie das mit der Power in dem Ding ist, aber ich hatte auch, bei meinem Mac Pro hatte ich das Problem, irgendwie, der konnte von seiner, wie war das denn, die beigelegte Mac OS CD, von der man booten konnte und installieren konnte, die konnte nicht booten, wenn eine neue Grafikkarte drin war. Das heißt, wenn ich von dieser Installations-CD neu installieren wollte, musste ich immer auf die alte Grafikkarte zurückbauen. Das ist ja eine ziemlich gute Idee eigentlich. Weil irgendwie Internet-Recovery gab es noch nicht und eine neue CD hatte ich irgendwie nicht und dann musste ich halt Okay, das ist ja auch albern. Ist albern, aber geht schon. Ich habe den jetzt auch lange nicht mehr benutzt, aber hauptsächlich wegen fehlender Konnektivität. Also, ich habe da noch eine E-SATA-Karte reingebaut, um irgendwie die SSDs auslesen zu können. Das geht schon, aber ist halt nicht super. Und der hat keine Hardware-Beschleunigung für Encoding. Ja. Der hat keinen Quick-Sync, der hat keine Möglichkeit, irgendwie NV-Encoder zu benutzen von Nvidia. Gibt es alles nicht. und obwohl der, was habe ich denn? Ich glaube, acht Kerne. Ja. Das ist nur für einen auch acht Kerne. Ja, ich auch. Obwohl der auch verhältnismäßig noch ganz fix ist. Also gut, inzwischen wird er eingeholt im Single-Core vom iPhone. Gut. Ja, klar. Genau. Muss man halt gucken. Aber der ist immer noch nett und immer noch gefragt bei den gebrauchten Händlern. Also, da gibt es auch noch Geld dafür. Wenn deiner wieder jetzt geht, kannst du ihn gewinnbringend noch verkaufen, an irgendein armes Schwein, was noch auf Final Cut arbeitet. Ja. Ja, also, ja, ich zumal. Also, ich benutze ihn gern. Ich habe ihn jetzt, ich habe ihn echt aus purer Freude habe ich ihn jetzt einfach eingerichtet. Ich meine, einzurichten ist ja heutzutage nicht mehr so viel. Du installierst so ein paar Programme und dann ist der eingerichtet. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Plattenplatz da machen soll. Da hängen ja so ein paar Terabyte auch drin. Ich überlege mir gerade, mittlerweile leben wir in Zeiten, da könntest du diesen Plattenplatz auch mit einem SSD füllen, um den noch leiser hinzubekommen. Ja, weil die, also das Lauteste an dem Rechner sind jetzt wirklich wahrscheinlich die drehenden Festplatten, die da drin sind. Ja. Also, relativ, ich habe da eine Bluetooth-Karte, das hatte ich auch schon mal hier vorgestellt. Ich habe da Bluetooth 4.0 drin, also, dass der auch irgendwie, ja, so ein bisschen modern angebunden ist und so weiter. Also, ja, ich hätte nicht gedacht, dass er sich nochmal irgendwie erholt und das ist eine 2,66 Dollar Plastikschraube. Es ist umso faszinierender. Also eigentlich ja nur 26 Cent, ne? Du hast ja nur eine gebraucht. Ich habe nur eine gebraucht. Und, äh, die anderen neun, die kannst du jetzt irgendwie wieder im Mike Rumors Forum verkaufen an jemanden in Finnland. Das, das Ding ist halt, dieser, dieser Ebay-Com-Händler, ähm, äh, der, der verschickt die halt noch. Also, der, der, ich glaube, der hat sogar in seiner Beschreibung geschrieben, hier, für den Mac-Pro-Fehler und so. Also, da, ähm, die wissen schon, warum die die da in 10er-Packungen verkaufen. Ja, also, lustige Recherche und lustige Reparatur, äh, weil es halt so, so total unkompliziert war. Ja. Das geht wieder der Mac-Pro. Und der ist, der ist halt, äh, das ist das 4, 4,1, das, also das hat als offiziell letzte Version El Capitan. Also, klar, der ist, der ist halt irgendwie schon, äh, ne? Die Zeit sind, die Zeiten sind, wie sagt man da so schön, äh, es ist absehbar, wann der irgendwie aus, komplett ausgemustert wird. Aber, aber noch, es fühlt sich halt irgendwie schnell an, fühlt sich wieder gut an. Ist alles super dann. Auf dem müsste doch irgendwie sicherlich auch, äh, Windows ganz schick laufen, oder? Ja, da ist sogar eine Bootcamp, hab ich gesehen, ist da irgendwie installiert. Hab ich reingeschaut, da lag noch ein Bootcamp oben. Da lag noch ein Bootcamp oben, also. Klar, da läuft noch ein bisschen, das sind, also die GeForce, die da drin ist, das ist eine 680 oder so. Also, das ist, ähm, ja, also nicht aus heutiger Sicht irgendwas Bemerkenswertes, aber, also, er fühlt sich jetzt nicht langsamer an als mein, äh, MacBook aus dem, aus dem, von 2015. Wahrscheinlich ist er da schon und so weiter, aber, aber trotzdem, da ist, da ist so ein bisschen Hub dahinter und ich weiß nicht, also, ich mag halt diesen Rechner auch, der ist schon, der ist schon nett. Ja, wenn sie mal wieder sowas bauen würden, dann könnte man sowas wieder kaufen, aber wenn sie sowas nicht bauen, dann muss man halt einen HP kaufen. Tja, einen alten HP. Mehr dazu in der Pre-Show. Ähm, gut, dann sind wir da wieder versorgt. Und dann sind wir da wieder versorgt.